Na, Lampenfieber? Wieso? Ich mache ja nicht einen Führerschein, sondern meine Tochter. Na, wie ist es gegangen? Ehrlich? Ich habe es geschafft. Dann ist ja auch bald ein neues Auto fällig. Schon eine Idee? Irgendwas Kleines vielleicht. Hat sich sehr gut aus. Und die Sicherheit? Airbag zum Beispiel? Das ist so eine Sache bei kleinen Autos. Das war es bis jetzt. Der Fiesta ist handlich, wirtschaftlich und besonders sicher. Denn ab sofort hat er serienmäßig Airbag. Das wäre doch was. Super! Ford, die neue Erfahrung. Haben Sie eine Frage? Vielen Dank.